Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Es geht weiter an der Hauptstory entlang mit den Triad Missionen. Sind ja irgendwie glaube ich noch vier Stück oder so nur noch offen. Als andere haben wir eigentlich ziemlich gut gemacht. Und gemeistert. Daher schnappen wir uns hier mal ein schnelles Auto. Ja. 1400 Meter braucht ein kleines bisschen bis wir da sind. Fahren habe ich hier immer noch nicht viel gelernt. Aber es stört sich halt einfach besser sogar als Cyberpunk. Was ein bisschen lächerlich ist. Aber okay. CD Projekt Red hat ja bisher noch nie ein Open World Spiel gemacht, bei dem man Autofahren kann. Von daher sei das für Zeit. Square Enix. Da bin ich mir jetzt gar nicht so süß. Ob das das erste Open World Spiel ist, bei dem man Autofahren kann. Was es so ist, haben sie eigentlich einen guten Job gemeistert. Was es so ist, haben sie eigentlich einen guten Job gemeistert. Ach komm. Was wird hier verkauft? Abgefahrener Ziervogel. Kannst du dir helfen? Kannst du ein Pett? Meine Bärchen machen die besten Kompagnen. Äh, sicherlich. Okay, ich nehme es. Danke dir so viel, Sir. Ich werde ihn bis zum Ende des Tages. Danke. Bye-bye. Ja, Food brauche ich gerade nicht. Danke sehr. Man schon wieder die Storyvite geht. Du hast viel nervös nach dem Schiff, Pendryu fuhr nach dem Funeral. Was, wir senden dich für den Job? Pendryu weiß nicht, dass ich hier bin, richtig? Ich bin komplett verabschiedet. Look, I never wanted you for this job because of what Dog Eyes did to your sister and how you handle things in San Francisco. But you've done better than anyone could have expected. I can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pendryl, right? He's cut you off. And this is your last chance to come and clean. What? What's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Look, I need you to be straight with me. Is he gonna blow my cock? Look, I don't know what he'll do. Not anymore. Wait, just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendryl. Jackie, not now. I'm busy. Mr. Shen, we have your friend. So listen very carefully. You'll receive our instructions. Follow them if you want him to live. Look, it's Jackie. I need to go. Wait. Wait. Wer hat Jackie entführt? Kommen sie zum Trocken-Doc in Aberdeen, allein und unbewaffnet. Shit. Jackie macht uns immer nur Sorgen. Doof. Sorry, I need your car. I'm in an emergency. Shit. Die beiden! Hold it right there! Get him down, little shoes! Try anything and your friend dies! Oh, er ist weg. Wo ist Jackie? Gehen Sie, der Mann ist da unten. Du bist so dumm, wie du siehst! Möge ihn! Du weißt, dass wir dich nicht rauslassen werden! Gehen Sie sich nicht an diesem Idiot! Komm auf die Säge! Ohohoho! Du kommst in den Müll! Aber du hingehörst! Ja, komm nur runter! Das war's für dich, oder? Immer noch nicht! Du wirst ihn niemals finden! Stopp! Stopp! Wo ist Jackie? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben! Was heißt, du wirst nicht wissen? Ich war nur um dich zu töten. Ich weiß nichts über den anderen Mann. Wer ist das? D.Y. H&K's Head Enforcer! Wie komme ich zu ihm? Ich weiß nicht! Ich habe nur mit ihm gesprochen. Du sagst mir, und ich werde dich leben, du dummer. H&K's Head Enforcer! Ich habe nur mit ihm gesprochen. H&K's Head Enforcer! 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 Voll Idiot! HuH£Q had! H&K's Head Enforcer! H&K's Head Enforcer! H&K's Head Enforcer! Outen- H&K's Head Enforcer! H&K's Head Enforcer! нужен Sie, ha? wundersch surrounded? Wer hier gehört? Wo ist der Vorhab? Das sind neue Tre Sprat. Ich arbeite bei Vorhab. Ich Weise hat dich nicht. H&K's Head Enforcer! Er ist tot. Er hat ihn hная. Shen hat ihn Bunco. Was? ihn hat itu gesplatzt. Der Plan hat nicht funktioniert. Was? Welcher Plan? Wer ist das? Ich weiß gar nichts über den Plan. Horsfei sagte, wenn der Arbeit schlecht ging, sollte ich dich nennen. Find out, was mit dem Boden zu tun. Welcher Körper? Ich habe viel hier für dich, Mister. Aber ich glaube, dass du nur einen von ihnen interessierst. Also, hast du ihn oder nicht? Hör auf meinen Zeit. Wir töten ihn. Das ist eine lustige Sache, doch. Er fuhr aus, dass er aus der Grabe rauskriegt und dein Herz rauskriegt. Das ist eine lustige Sache, für einen Mann zu sagen, als er sterbt. Nicht wahr, Ziva? Shit, ich war zu langsam, weil ich es gerade nicht gecheckt habe. Sorry. Das war unnötig. Hör auf! Mauer! 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 Was? 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 Ah! Tanztum! Mann! Woh! Woh! Das ging einfach. Muss ich ihn jetzt verfolgen oder alle ausschalten? Ich habe ja keine Waffe dabei, glaube ich. Ich habe ja keine Waffe dabei, glaube ich. Ich glaube, ich müsste in ein Auto umsteigen, sonst wird das nichts. Oder ich muss ihn bloß verfolgen, keine Ahnung, kann auch sein. Okay, ich muss ihn bloß verfolgen. Komm schon. Werden doch nicht erfunden. Mit eh kein Zweck. Ja, Moin. Junge, ich bin viel schneller als du. Junge, ich bin viel schneller als du. CAR MS. Sport! Ger Americans sagen呀! Sie haben eine Forschenstille bei einem Schiff! eines Bes банges? Das Kartoffel ist! його Hände lecker bad. S cientisch in ein Monat Huh? Kennt ihr? TVOia. evergant mich? Ich habe ja nur lasstreb Γ Center nue. Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Süss Nach dem harten Kampf mit diesen Dingen rumfahren Irgendwie lustig Läggen 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 Ich hoffe, die geht jetzt gut. Danke, aber das ist persönlich. Ich habe eine Unlimitierte Munition. Ich muss die wahrscheinlich umbringen, sonst weiß ich ja nicht, wohin ich muss. Okay. Das war's gut. Ist diese... Sorry. Ist diese... Insel auf der Karte markiert? Hallo. Okay. Hat mich bloß interessiert. Und wir da schon mal waren, oder nicht? Way auf dem Rachefeldzug. Ja, schrei doch nicht zu. Oh shit, was? Hab ich nicht gesehen. Oh shit. Oh shit. Dreckig. Du bist bist sein. Ich bin tot. Oh man. Ich bin tot. Ich bin tot. Man, das war Big Smile Lee, man. Man, these guys fucking grabbed me at the fucking funeral. Tossed me off the 18K, man. Yeah, they used you to get me to an ambush. Big Smile Lee, the fuck is worse than dog eyes, man, fuck. We'll get him, Jack. Come to the election and tell the others what happened. That'll be the end of Lee. Man, I don't want anything to do with any of this shit anymore. Sit on ye, broken nose, Lee. I'm done with all them, man. They dream about beating in the sun all in ye, you know? What did they get me? Winston's dead, Peggy's dead, and even more than fucked up shit, I couldn't sleep now. I know what you're saying. Man, they buried me alive, man. I know. You don't know. You don't know what it's like to be down there in a fucking box. I'm out, man. I'm out. All right. I can't argue with you. You earned a clean start, Jackie. But listen. I need a favor. As a friend. You can say no. Shit, Wei. You just dug me out of a grave. Come to the election. Tell them what happened. Just tell your story. I'll make sure the triad treats you right. Oh, man. Shit, man. All right. But this is for you, Wei. Not the fucking sun on ye. So we have already the next one who wants to go out. That's really no sense. Yeah, man. Was, Stufe 8. Was, Stufe 8.